Hey Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Watch Dogs. Wir spielen hier schon weiter. Ich habe hier eine kurze Pause gemacht, um einfach mal den ersten Part zu rendern und anzufangen ihn hochzuladen. Und nun müssen wir da rüber. Nur wie kommen wir da hin? Okay, wir haben es gehackt. Wen wollten wir hier finden? Okay. Ich gehe mal zu der Kamera. Mal schauen, sehe ich da mehr? Ich bin hier... Nein, ich bin da draußen noch, oder? Den Wachmann mit dem Zugangscode finden und hacken. Das ist der Wachmann mit dem Zugangscode. Zugangscode? Äh... Hacken sie nicht. Ins Stadion-Netzwerk sollen wir uns hacken. Ach, das ist das da drüben. Okay. Gut. Soweit, so gut. Sollen wir... Ist okay. Hacken wir mal alles. LB. Äh, man muss dazu sagen, ich habe noch nicht so... oft mit Lidingsbums... Ach, Blitz haben wir. Was ist ein Blitz? Blackout? Blackout? Okay. Sorgen sie für einen Stromausfall. Wie sollen wir das jetzt machen? Hat das einen Sinn gehabt, dass die Kamera darüber zeigt? Ich nehme an. Soll ich gerade für den Stromausfall? Ja, natürlich. Alter, das ist ja mal genial. Das ist ja mal richtig genial. Kommt da einer? Okay, da ist aber einer. Den müssen wir irgendwie ausschalten. Wie sollten wir das machen? Verbindung durch Stromausfall unterbrochen. Okay. Wir können nicht mehr auf die Kameras zugreifen. Allerdings irgendeine andere Möglichkeit müssen wir ja haben. Hier das Ganze zu schaffen. Da kam ich gerade hier? Nein, da drüben kam ich hier. Hm. Ich bin gerade richtig überfragt. Geh'n wir mal da rüber. Geh'n wir mal da rüber. So, da haben wir einen besseren Überblick. So, schaut er her. So, schaut er her. Er schaut nicht her. Er kontrolliert draußen den Eingang. Und nur da gehen zwei Typen hin und her. Okay. Auf der Map sehe ich das nicht. Ich bin da gerade beim Stadion, aber ähm... Ja, wie gesagt, ich sehe da leider nichts. Auf meinem iPad. Ich such' noch mal kurz, ob ich hier irgendwo ein anderes Stadion finde. Nein, da ist ein Schiff, da ist ein Hafen. Normalerweise sehe ich ja meinen Namen sofort. Auf der Map, was ich vorher schon bemerkt hab'. Aber jetzt irgendwie während dieser ersten Mission irgendwie nicht. Da drüben ist das Glas auch noch ganz. Also außenrum können wir nicht gehen. Und es würde nur als einziges die Möglichkeit bleiben, hier einfach uns schnell durchzukämpfen. So. Nein, der sieht uns. Er sieht uns. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Los, schnell, 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 schnell. Er sieht uns, er sieht uns, er sieht uns. Mit RT können wir rennen, okay. Aber er hat uns verloren, okay. So weit, so gut. Schon schnell hier zum Exit. Und schauen, was jetzt passiert. Wir haben es geschafft, durch die Bullenhorde uns durchzukämpfen. Ja, kämpfen. Okay. Wo bist du, Jordi? Was? Gehen? Ich bin allergisch zu Körpers. So ist mein Rass. Aber nicht worry, ich habe dir ein Besonderes. Ein Freund von einem Freund hat mit pre-earnten Autos. Ich habe eine wirkliche Schönheit, die für dich in der Garage über die Straße. Ich sage dir, ich lasse es nicht. Nein, ich will es nicht. Ich muss gehen. Okay. Wie ich das jetzt habe, hat er uns ein Auto irgendwo hingestellt. Mal schauen, kommen wir gerade von da? Nein, aber da können wir auch nicht durch. Ach, gehen wir einfach durch. Ist ja nicht so, als ob wir da als Verbrecher wären oder so. Nee. Gehen wir einfach mal ganz unauffällig. Okay. Wie geht's? Heißer Steißer Typ, ey. Geht's denn so? Ja. Schon langweiliges Lokal hier. Polizei verfolgen. Okay. Verfolgen wir mal die Polizei. Wo ist die Polizei? Da drüben. Okay. Dann rennen wir einfach mal hinter... Ey. Ich habe mich gerade hinter denen versteckt. Okay. Haha. Die habe ich jetzt gestört. Nein, ich will keine Waffe haben. So. Schnell die Polizei verfolgen, bevor sie wegfährt. Ähm. Verlasse das Suchgebiet der Polizei? Sollen wir nicht... Ist ja nicht wahrgestanden, wir sollen die Polizei verfolgen. Kommen wir da rein? Da ist eine Polizei. Da ist eine Polizei. Wie kommen wir da rein? Okay, die sehen uns hoffentlich nicht. Doch, die sehen uns. Die sehen uns. Will nicht, dass die uns sehen. Ich renne. Ich renne einfach. Ich renne einfach. Ne, Sesseln interessieren mich nicht. Oh, da war... Da war ein Leck. Ich soll vielleicht die Texturen ein bisschen runterstellen. Ich stelle mal eben die Texturen kurz runter. Ein bisschen. Ich habe drei Gigabyte Arbeitsspeicher. Schäber. Nein, das passt alles. Gar wie Qualität. Irgendwo da war das. Irgendwo da war das. Egal. Haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen von... Wir müssen jetzt von Cops wegrennen. Was ruckelt das jetzt? Ich will nicht, dass das... Oh, hallo. Tschüss. Kann ich da nicht rein? Nein. Wieso auch? Das gibt es nicht. Warum ruckelt das jetzt? Vorher hat das nicht geruckelt. Optionen. Anzeige. Das habe ich gesucht. Ne, das passt so. Texturen kann ich nicht umstellen. Ach. Okay. Dann muss ich hier mal kurz... Detailstufe mache ich mal kurz auf hoch. Ich mache mal kurz alles auf hoch. Passt schon. Warum verfolgt ihr mich? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Irgendwann müsste ihnen die Emanition ausgehen. Ich bin sowieso schon fast tot. Ihr könnt aufhören zu schießen. Passt schon. Gewalt ist keine Lösung. Ich will nur zu meinem Auto. Zickzack rennen. Dann treffen sie nicht. Wenn ich zickzack renne, dann treffen sie nicht. Nein, dann treffen sie nicht. Das kommt euch nur so vor, als ob ich jetzt sterben würde. Das kommt euch nur so vor. Nein. Nein. Ich sterbe nicht. Nein. Böse. Böse. Komm ich da rein? Nee, da komme ich nicht rein. Hier komme ich aber rein. Gut. Gut. Äh, Y. Okay. Gut. Wir haben es überlebt. Wie man ein Fahrzeug schleuert. RT ist beschleunigen. LT bremsen. Und LT halten rückwärts. B ist Handbremse. Und A nach hinten umsehen. Und zack, Kamera wechseln. Sollte nicht so schwer sein. Ja. B und auf geht's. Weg da. Nein, ich... Nein, ich mache das Auto nicht kaputt. Das kommt euch nur so vor. Tschüss. Achtung, ich muss da mal durch. Entschuldigung. Ich muss hier mal... Achtung. Äh. Entschuldigung. Ich... Ich... Muss hier nur kurz durch. Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich... Ich... Ich bin Fahnenfänger. Sorry. Entschuldigung. Kann ich hier zufällig auch Autos hacken? Meins ist fast kaputt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Au. Mist. Entschuldigung. Ist es blöd, wenn man Zivilisten tötet? Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, also... Oh, also... Kann ich hier durch? Bitte Dankeschön. Lalalalalala. Nein, hier... Bitte weggehen. Darf ich hier kurz? Danke. Ähm... Den Zaun braucht eh keiner mehr. So. Du müsstest bitte einmal weggehen. Danke. Wo muss ich hier... Karte und GPS. Jederzeit möglich. Ich sollte das drücken, wenn ich Weltkarte zu öffnen und drücke dann A und GPS Markierung. Oh. Könnte mir vielleicht helfen. Äh... Zoomen. Und... Wie kann ich... Hm. Wie kann ich da jetzt kurz so irgendwie... Wo bin ich da überhaupt grad? Weiß ich das... Circa? Ähm... Wo ist das Stadion? Ich suche mal kurz ein Stadion. Ich suche mal ganz kurz was. Da ist das Stadion. Also... Ist meine Karte hier nur ein bisschen verdreht. So rum wäre es richtig. Und... Nein, da... Werd ich nicht angezeigt. Ich logge mich da mal kurz ein. Neu. Aber... Ähm... Legende öffnen. Wegpunkt. So. Beenden. Gut. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen... Besser hier hinfahren. So... Nein, da war kein Stein. Sprengen? Okay. Wir haben es gesprengt. So. Eingeparkt. Wie kann ich aussteigen? Mit Y. Okay. Was muss ich jetzt damit machen? Erreiche das Versteck. Okay. Darüber müssen wir also. Allerdings werden wir erst im nächsten Part sehen, was hier hinter dieser Tür ist. Ich bedanke mich für das Anschauen. Dieser Part war ein bisschen chaotischer. Aber ich bin richtig stolz auf mich, dass ich nicht irgendwie draufgegangen bin oder so. Und doch noch zu meinem Auto gekommen bin. Und doch noch zu meinem Auto gekommen bin. Ja, mein Fahrstil lässt zu wünschen übrig, aber wir haben es geschafft. Und ich bin mal gespannt, was hier hinter der Tür ist. Das seht ihr im nächsten Part. Ich werde dann mal schauen, dass hier alles mit den Rucklern und so stimmt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.